Hallo Freunde, FreeClear von MagicBlocks.de und wir sind im Pre-Release Modern Horizons 3. Ich kann es kaum erwarten. Das ist Hashtag Werbung dieses Video. Vielen Dank an Wizards of the Coast, die das hier sponsern. Wir sind mit diesem Deck später oder ich weiß nicht wann das Video kommt, vielleicht habt ihr es schon gesehen, beim Shibi im Pre-Release, ihr kennt das ja. Ja, und das ist das allererste Produkt, das ich von MH3 öffne, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Wir sind ja Eldrasi technisch unterwegs. Wir haben hier so eine Pappbox, da sind auch Artworks drin, da ist dieser Eldrasi Drache drin. Da bin ich gespannt, das interessiert mich tatsächlich bei so einem Pre-Release Pack wenig, weil das werfe ich sowieso weg. Wir haben einen Würfel, ja, die mir. Nehme ich. Wir haben einen Card Divider, der kann mit in den Müll. Vielen Dank für dieses, ja, was ich auch immer damit soll. Wir haben eine Bromo und wir haben Paxen. Ich würde sagen, wir starten mal mit der Bromo. Da ist, glaube ich, hier ein Code drauf. Ja, den mache ich mal weg. Und dann sind es hier vier Karten. Warum auch immer vier. Schauen wir mal. Wir haben, uh, den roten, das ist ein roten Flair in Foil. Ist schon mal nicht schlecht. Der ist, glaube ich, ultra broken, wenn ich ehrlich bin. Okay, Token, Token, Token. Das heißt, drei Tokens und den roten Flair als unsere Promo. Dann öffnen wir mal. Ich gehe jetzt von vorne durch. Schattenhafter Hund. Eine Aura. Äh, Schattenbeistand. Was heißt ein Schattenbeistand auf Englisch? Ah, das ist Umbra, okay. Einfach Totem Armor früher, jetzt Umbra. Das ist die Energy-Axt. Coole Karte. Ähm, Mana-Dork für Farbloses. Das finde ich im Eldrassi-Set natürlich insane. Auch gut. Nicht-Spielstein-Kreatur ist super. Eldrassi. Okay. Immer wenn ich in Werke und wenn er ins Spiel kommt, kriege ich einen Eldrassi. Das gab es ja so ähnlich, nur teurer im Original-Battle for Sandica. Okay, Goblin, Energy-Goblin. Spannend. Die Hydra-Zähmerin. Geiles Artwork. Sehr geil. Der Verfluchte vom Bad, den finde ich auch witzig. Für zwei Mana-A und zwei Drei, da steht wieder unendlich viel drauf. Monströser Strudel, okay. Mit Starke 5 oder mehr wirkst mit der Entdeckung X an, okay. Dann haben wir die neuen Länder, die finde ich super geil. Das ist quasi, ja, ein Flash, ein Blitz-Ableiter auf ihn. Und kommt mit diesem P3 live ins Spiel. Dann haben wir den Reprint. Und Angels of Ruins, den finde ich ganz cool. Im Commander. Ich weiß nicht, was er moddern soll. Und wir haben Christ, den ersten Flipwalker, den ich tatsächlich auch brauche. Christ ist, glaube ich, insane. Ich weiß nicht, wie wir den im Limited aktivieren können. Aber, coole Karte. Dann haben wir noch eine Foil. Er hat zwei Eins, die quasi Energie macht. Und looted für Energy. Und noch ein Foil Plains und ein Eldrassi Token. Okay. Erster Pack, erste Müffig, aber nur eine Rare. Das sind doch Blaze Booster. Wo sind meine vier Müffigs Feder führen. Pfahlpurscher. Geringschätzen. Den finde ich cool, den Spell. Schlackenklau. Klaue. Entschuldigung. Living Weapon. Ja, die Trained. Das neue Tornado. Okay. Das ist der neue Cycle, den ihr umwandeln könnt für jeweils einen Kans oder einen Triumph quasi. Aufgedrehte Raptor. Ja. Gute Karte. Der wird, glaube ich, könnte Constructed relevant werden sogar. Okay. Dann haben wir, die Fliplander gibt es auch als Duallands. Das ist natürlich ultra stark. Dann ist hier wieder der Neu to Modern. Wirewood Simbiot. Krasse Karte. Wer sie kennt aus Legacy, aus dem Elfen Combo Deck. Und wir haben Amphibischer Regenguss. Der quasi Removal mit Storm. Storm Removal. Coole Karte. Und ein Boros Feuer. Ja, die brauche ich tatsächlich nicht. Ja, die Artworks. Die Länder sehen geil aus. Fangzahnflammen. Removal. Und zwar ziemlich gutes Removal im Limited. Wir haben nochmal quasi blaues Removal. Den Gravedigger, den wir quasi nicht mehr lupen können, weil er eine Sorcery ist. Böswilliges Poltern. Okay. Auch, glaube ich, spielbar. Kieferflügler. Living Reapon. Dann haben wir die Azorius Gold Karte. Die Energy macht und Lifeling gibt. Dann haben wir das Krixis-Land. Das Krixis-Cycle-Land. Güter der Vergessenen. Güter der Vergessenen. Okay. Ah, Schreckmobil. Unsere Preview-Karte. Direkt aufgemacht. Sehr gut. Können wir sehen, ob die im Limited was taugt. Das Landfall und Mana-Sync, ähm, ein Energy-Sync, finde ich gar nicht schlecht. Okay. Ajani bezwingt den Göttervater. Mhm. Removal. Alles Mögliche macht. Cool. Dann dieses New to Modern ist jetzt Kalia. Ich weiß nicht, wie relevant das ist, aber ein Commander-Reprint. Und, uh, und wir haben ein Nightmare. Ketonischer Albtraum. Quasi der gefixte Nightmare. Dann war hier doch immer irgendwo das Land drin eigentlich. Das haben wir jetzt nicht. Okay, da war die Foil. Und noch eine Artkarte. Also bis jetzt keine Multi-Rail-Packs. Vielleicht haben sie das tatsächlich ein bisschen runtergefahren für das Set. Damit es halbwegs draftbar wird. Und, uh, den finde ich cool. Vor allem 0-5 Defender. Also völlig abstrus im Limited. Der blockt halt alles. Äh, 2-1-Lifelink mit Adapt. Der bedrohlich wird. Schlammköter. Naja, weiß ich nicht, wie der Archetyp sich im Limited spielt. Da bin ich gespannt. Schädelramme. Die sieht halt, das ist halt einfach ein Alien, gell. Das ist halt einfach ein Alien-Schädel. Aber der wird wohl im Pauper direkt gebannt. So wie man hört. Das Esperland. Okay, verzörende Corruption. Das ist quasi das neue Corrupt. Gutes Removal. Instabiles Amulett. Ja. Uh, in Stumpfsinn verfallen. Cooles Land. Das ist auch so ein Flip-Land. Das ist ein Bounce. Finde ich gut. Äh, das ist jetzt nicht das, was man in diesem Slot haben will. Der heranwachsene Drache. Okay. Phoenix des Detektivs. Ja, okay. Ja, gut. Das ist halt eine rote Karte, gell. Mit der fange ich nichts an. Und nochmal in Vertreibung der Unglaubwürdigen. Ja, die Länder sind schick. Zwei Booster haben wir noch. Bis jetzt haben wir einen Christ als Hit, sag ich mal. Und unsere Promo ist ganz cool. Serum Missionary finde ich cool. Okay. Sieht auch fetzig aus. Sehr cool. Sonnenwind Elferer. Dann haben wir das Naja Land. Das brauche ich auf keinen Fall. Der Fleischschaber. Bis jetzt rampt das aber noch nichts. Oh, Legacy und Modern Staple. Verzwickte Brosche. Die braucht man auf jeden Fall. Sehr gut. Jawoll, das Dimir Land. Das wollte ich tatsächlich. Das Flip Land. Sehr cool. Dann Blutgründe. Ja, die sind jetzt auch in Modern. Okay. Das Permanence verschiebt. Oh, unten Fetch Land. Polluted Delta im neuen Reprint. Sieht ganz schick aus. Jetzt im Limited nicht die Hilfe. Ah, wir haben die zweite Rare. Traumflutwahl mit Verschwinden. Okay. Und den können wir quasi da lassen, wenn wir einen zweiten Spell spielen. Das finde ich ganz cool. Und den, den haben wir vorher schon mal aufgemacht. Den Live Linker, der adaptiert und durchkommt. Oh. Foil Land. Der sieht voll, full Artline. Sogar. Das sieht richtig schick aus. Und ein Keim Token. Letzter Booster. Ich bin gespannt, Freunde. Simulacrum. Ungegründete Wahrheiten. Zieh, Dreh, Karten, Erzeuge. Was? Okay. Als Instant aber immerhin. Okay. Der kommt wieder. Der kann zum Beispiel unseren Christ aktivieren. Sehr schön. Der auch, oder? Okay. Das ist die Witness. Krass. Die ist eine Kammen. Ich habe gedacht, die ist zumindest eine Ankammen oder eine Rare. Das ist einfach eine Kammen. Okay. Verrückt. Nistplatz Reservisten. Das ist quasi für das Borus Deck. Und da haben wir das expandierende Schlammwesen. Okay. Was ist für das modifiziert? Ich weiß nicht, was ich von dem Archetyp halten soll. Aber die sind alle ganz gut gestattet. Da haben wir das Absahn. Land. Eigensinniger Gagal und Orsov. Mit Persist ist da das Thema. Blutruppkommandant. Okay. Ja. Cooler Print. V-Hut der Titanen. Vereinte Gegenwehr. Das ist, glaube ich, auch eine coole Sideboard-Karte mit Escalade. Oh. Buried Alive. Okay. Buried Alive. Könnte mit Christ was machen. Und krass, dass das jetzt im Modernen ist. Und wir haben das neue Alluren. Urtümliche Gebete. Und wir haben noch eine Foil. Das ist der maßgefertigte Kriegswagen. Gibt jede Menge Energy. Also wir haben so ein paar Energy-Karten aufgemacht. Und ich zeige euch mal die Rares. Wir haben Aluren. Oder das neue Aluren. Ich nenne das mal so. Ihr wisst ja, was ich meine. Dann haben wir den Wal. Den will ich auf jeden Fall spielen. Den finde ich super. Das Delta. Das fixt mich schon mal. Wir haben hier auch das Land. Die zwei brauchen wir auf jeden Fall. Dann haben wir hier einen Phönix. Der hat immerhin Bestow. Göttergabe. Und mit Bestow und Beweissicherung 6. Also der macht dann schon krasse Sachen. Plus 2, Plus 2 und Haste und Flying. Dann nochmal hier ein Land. Die Länder finde ich glaube ich auch super wichtig. Die werden relativ viel Power auch im Limited bringen. Dann haben wir den Nightmare. Ich meine, wir haben so ein Energiethema. Dann haben wir Kalia als Rare. Als Mythic sogar. Hier zum Beispiel. Das Schreckmobil. Cool. Und dann haben wir hier diesen Storm Removal. Da weiß ich nicht, wie gut das ist im Limited. Bin ich gespannt. Aber ich meine, im Pre-Release kann man ja mal alles ausprobieren. Und hier haben wir natürlich Big Daddy. Big Daddy Christ. Immer wenn Christ, gefressige Larve oder eine andere Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt. Und falls sie aus deinem Friedhof ins Spiel gekommen ist. Oder sie aus deinem Friedhof gewirkt hast. Kannst du grün bezahlen. Und dann kommt er zurück als Planeswalker. Und der Planeswalker macht ein Artefakt, eine Verzauberung kaputt. Macht einen Insect-Token, das noch mild und Deftouch kriegt. Und macht dann als Ultimate Kopien von jeder Kreatur im Friedhof. Also ich glaube, ich finde das relativ cool. Ich schaue mal, was für ein Deck ich bauen würde. Das ist meine Promo, die darf ich auch spielen. Aber die ist, glaube ich, im Limited einfach nichts. Das ist eine Constructed-Karte, vor der ich echt Angst habe. Aus dem Goblin-Deck, bin ich ehrlich. Ich zeige euch, was ich bauen würde. Und dann sehen wir uns gleich mit meinem Deck. So, da bin ich wieder. Und ich habe eigentlich ein Golgari-Deck gebaut. Und splashe ein paar blaue Karten. Vor allem das Removal, weil ich das brauche. Und an sich finde ich die Kombination relativ cool. Mit dem Albtraum und den Gebeten. Das heißt, ich werde, ich habe noch eine Karte vergessen, entschuldigt. Die sehe ich, die lag noch hier drüben. Und zwar Buried Alive als mein Tutor. Das heißt, ich weiß noch nicht, ob ich Buried Alive spiele. Mal schauen. Aber auf jeden Fall werde ich die zwei spielen. Ich habe einen Christ, der potenziell dann das Spiel gewinnt. Ich habe den Guy hier, der von alleine wiederkommt. Das heißt, der wäre ein gute Kombo mit dem Buried Alive. Und natürlich meinen Christ. Aber wir haben relativ gut dieses Adapt-Thema drin. Wir haben zweimal die Vampirin. Wir haben die Hydra-Zimmerin. Wir haben natürlich Living Weapon 2. Wir haben den Wombat, der ganz cool ist. Den Marodeur, den wir immer wieder bringen können. Der sich ja selber sackt. Das heißt, wir können mit Aluren und dem ketonischen Albtraum hier relativ viel Unsinn machen. Und das ist auch mein bestes Removal im Deck wahrscheinlich. Und ich kann es tutoren. Dann den expandierenden Schlamm. Das ist einfach ein Doppeleffekt als Beatdown. Wir haben die Witness, die wieder Sachen wiederholt. Dann haben wir einfach eine gute Kreatur. Die quasi 3, 4, 3 Mana ist. Das ist Füller. Klar, wir spielen auf jeden Fall den Wal. Auch wenn wir ihn reinflaschen können. Wir spielen den Schlammköter. Noch ein Living Weapon. Und dann spielen wir ein bisschen rum. Ich weiß nicht, wie gut dieser Spell ist. Aber ich versuche es mal. Vielleicht wird das auch mein Buried Alive. Wir testen den Vogelschlag. Das ist Removal, das dann auch noch hilft. Bei unserem Thema. Das finde ich super. Dann haben wir quasi härteres Removal mit der Bedeutungslosigkeit. Ich spiele natürlich das Schreckmobil, falls ich unter Pazifismus Sachen nur so gefangen bin. Den amphibischen Regenguss finde ich cool. Ich habe noch einen maßgefertigten Kriegswagen, den ich vielleicht spielen will, wenn er mir Late Game gibt. Eben mit Tappen und Karten ziehen. Vielleicht schenke ich mir das aber auch. Und stattdessen ist es das Buried Alive. Und wir haben den Blau Splash relativ easy, weil wir haben Delta, wir haben das hier. Und dann habe ich als meine Karten quasi noch die blauen Duel Lands. Ich habe leider die aufgemacht, aber ich finde die gut, wenn die statt Ländern sind. Und mein Fixing ist eigentlich ganz gut, weil ich kann das hier spielen. Ich kann das hier spielen und das hier. Das heißt, ich sollte noch eine Island reingeben. und wahrscheinlich den hier cutten, weil ich den eh nie spiele. Aber so wird es gehen. Eine Island, Rest sind Forests und Swamps. Wie gesagt, ich bin gespannt, was das Deck macht. Ich glaube, ein bisschen mehr Power könnte es vertragen. Aber das sieht zumindest witzig aus, weil wir eben so Engine-Karten haben. Und gerade im Limited bin ich gespannt, ob das was wird. Dann zeige ich euch, was ich nicht spiele. Da könnt ihr ja schauen. Ob ihr was findet. Den Card Draw könnte man vielleicht statt meinen noch irgendwie reinbasteln, wenn wir eh schon blau sind. Der hier, naja. Ich habe mir überlegt, auch ihn zu splashen, weil er eben auch mit diesem modifiziert funktioniert. Den Totengräber habe ich nicht drin. Der Unterdrückungsstrahl, den kann ich eh nicht casten. Und hinten fix die zwei falschen Mana. Da wäre nochmal Removal. Da ist auch Removal, allerdings spiele ich nicht so viele Swamps. Das ist ein Combat Trick, den man auf jeden Fall boarden kann, denn der ist ganz vorne. Wenn ich mehr blau wäre, wäre das hier wichtig. Genau, und ansonsten haben wir, wir hätten zweimal den, aber kaum weiße Kreaturen. Ähm, nochmal ein Removal in Weiß. Man könnte ja auch theoretisch Five Colors spielen. Ich weiß nicht, wie gut das ist. Den finde ich super, theoretisch. Äh, das heißt vielleicht, wenn man vierfarbig spielen wollte. Und dann ist das hier alles so ein bisschen random, was ich habe. Das gibt jetzt kein Thema. Ähm, deswegen bin ich, ja, komme ich mit dem nicht so richtig weiter, muss man sagen. Es sind starke Karten dabei, wie er hier. Äh, Kalia ist, glaube ich, nichts. Ich glaube, der Phönix ist okay, aber auch nicht mehr. Und der, die Force leider auch nicht. Ich glaube, es ist schon ungefähr im Ballpark von dem, was man spielen will. Schreibt mir aber auf jeden Fall, wie ihr es gebaut hättet, ob ihr coole Karten aufgemacht habt und ob ihr schon auf einem Pre-Release wart. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.